Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubaner und wir spielen ein Sturmschild mit anderen zusammen im Brutal. Ja, machen wir doch. Ja, Sturmschild ist doch immer schön. Es gibt Mini-Lamas. Ihr wisst schon, die Dinger, die man immer gut gebrauchen kann. Der Notarielbe, glaube ich, der Goldspeicher. So, wo ist denn die Verteidigung nach vorne? Das sieht nach einer relativ einfachen Verteidigung aus. Das sieht aus. Das war's. Ja, läuft doch ganz hervorragend. Dürfte auch gleich vorbei sein, oder? 40 Sekunden noch. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, okay. Ich seh's ein. Kriegen wir natürlich noch mit. Die Lage hat sich beruhigt. Eine Welle, zwei gibt es. Jawohl, dann nehmen wir die natürlich auch noch. Aber klar. Ähm, ups. Falschlaufen? Wo ist das? Ich hab mich grad gewundert, sah ein bisschen komisch aus. So, aus dem Norden. Können sie hier hochlaufen, ja. Der will ganz weit vorne kämpfen. Okay. Ich würde mal mein Polizieren stellen. Aber es laufen jetzt auch ziemlich los. Aber ich würde mal auf, was ich die Züge zu machen. Ich würde mal auf, was ich die Züge zu machen. Warum, ich würde mich nicht losken? Oh Gott. Aber ich würde es leider nicht losken. Okay. Ich würde es noch mal auf. Oh, ich will auch was davon haben. Auf den Verteidiger hat er eingebaut hier. Gut, sie sind jetzt ja auch wieder ein bisschen sinnvoller und besser geworden. Das muss man natürlich sagen. Aber man muss ihn natürlich, man muss ihn natürlich trotzdem haben und jetzt auch leveln und das ist natürlich ein ganz besonderer Knackpunkt. Oh, von der anderen Seite. Nehmen wir doch gerne mit. Läuft ganz gut. Headcapped. Er hätte ja da nicht stehen müssen. Wie ich finde. Er hätte da nicht stehen müssen. Da oben ist noch irgendwo was. Ich sehe es noch nicht. Ah ja. Da haben wir was wir wollten. Das stockt ein bisschen halt. Wir holen uns doch auch gerne. Perfekter Platz für den Jungen. Perfekter Platz für den Jungen. Da komme ich zu spät. Passt Multi's. Da. Das ist ja noch. Was bleibt? Hier wäre ich auch ein netter Platz für den Bären. Also für den Teddy? Ist ja klar Bären nicht. Okay, wäre natürlich unser dämliges Ponigmännchen. Ja, alles für den Teppel. Lohnt es sich jetzt noch einen Teddy aufzustellen? Wenn dann hier oben. So, das war's. Sehr schöne Runde. Ohne Problem. Haben wir den Sturmschild erfolgreich verteidigt. Ja. Sehr nett. Und es gibt ein paar Elungspunkte. Das ist jetzt aber zweitrangig die EP. Ich will Lamas sehen. Lamas, 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 Lamas. Ganz viele Lamas. Hunderte, Tausende und Millionen von Lamas. So viele Lamas, dass ich 24 Stunden aufnehmen müsste, um sie alle zu öffnen. Ohne zu wissen, wie viele das da sind. Aber schauen wir mal. Vier sind es in dem Fall nur. Die reichen nicht. Und ein bisschen Fortafix. Ja, das war's hier. Die Sturmschild-Verteidigungs-Unterstützung in Brutal. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao. Ciao.